World Underground Wrestling Darum geht es heute! Der nächste Anderkraut-Pieter, das ist schon aus! Und so soll auch sein! Gutes Schultz! Ja, der Quincy checkt natürlich ab, ob Sie auch unbewaffnet auf die Kampffläche kommen. Ich hoffe, das tun Sie. Ja, wenn beide bereit sind, muss der Referee nur mehr den Kampf freigeben. Was hat er hier für... Ring frei! Ja, die knappe! Wir Trudlo-Martinens! Wir Japanern! Apropos, Prost. Ja, der Kampf ist freigegeben. Die Leute müssen sich nur mehr biermen. Das hätte mich jetzt auch verblüfft, wenn es andersherum ausgegangen wäre. Ja, man kann... Da sind Kinder da, glaube ich. Das war der zweite Versuch. ...muchos forzos, mei, ma... ...torturo, Martinez, grande, cofones. Hör rein, klopfen wir voll zu. Amore. Amore, mei. Ja, er ist ja nicht umsonst der Champion. Bitte räkeln für die Kamera. Mit drei und zwei. Eher manche einen Arm. Erst, dreh dich an. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und weiter. Opala. Ein Kraftakt vom Toro Duro. Der Quinze hat sein Stimme verloren anscheinend. Kannst du das lauter zöten und versteh das Publikum auch aus. Dankeschön. Wie, die sind kein Folgen. Auf einmal. Men, die sind ein Schaffer. Jeder ist das. Ja. Ja. Oh. Das sinds SEC. Ja. 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 Die sind die Leute. Die sind die Werstin. Ja. Ich weiß nicht, das muss der Quincy fragen. Ich frage nur in Quincy, ob der eine Aufgabe sagt, oder nicht? Aufgabe! Submission! Ich kann auch drei Wörter Spanisch, man soll's nicht hören. Gott sei Dank hat der einen Bandler am Arm, sonst wäre der Arm vielleicht schon gebrochen. Schön gemacht. Auch schön gemacht, aber aua. Ja, also Kropfgauer, der Kropfgauer. Aber gibt's keins? Es gibt nur Aufgabe oder K.O.? Una, zwei, drei, vier, fünf, sechs, was haben wir jetzt? Ja, sogar sieben. Acht? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben. Aua, wir sind da ganz weg. Ich habe ein Autsch. 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 Ja, ich habe ein Autsch. 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 Eine gewisse Luft-Unterschiede ist eindeutig vorhanden. Vier, fünf, sechs, sieben, haben wir neugierig. Fünf Minuten Kampfzeit sind vorbei. Nackenbrecher, schön, wie er zählt, wie noch etwas illegal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Was will er von mir? Ich weiß es nicht. Nein, 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 nein. Die Nord-Champion! 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 Eins! Da war's jetzt. Zene! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Jo, ist auch noch bis fünf gegangen, wozu die Hocken? Aufgabe! 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 Siege dieses Kampfes durch Aufgabe! Und weiterhin österreichische Anbindung in Genday! Da-Tur-Marchi-Rez! Woff-I-Rez! Zuboffa! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017